So liebe Sportfreunde, jetzt begrüße ich bei unserem Stand Dirk van Dijk. Hallo Dirk. Guten Tag. Dirk, was sind deine Eindrücke hier von der Fugare? Ja, viele Leute hier. Wie lange bist du schon da? Ja, ein bisschen Vormittag. Also du hast schon ein paar Eindrücke sammeln können? Ja, viele Leute hier. Ja, wir glauben auch, dass es sehr gut besucht ist. Ja, und überall. Jetzt bist du bei uns am Stand hier bei der Firma Röhnfried. Was hat dich hierher gezogen? Warum? Ich will ja, um das echt zu sagen, weil ich mit den Produkten ganz gut bin. Wie lange arbeitest du schon mit den Röhnfried-Produkten? Viele Jahre. Was ist so das wichtigste Produkt aus unserem Haus, wo du sagst, darauf willst du nicht verzichten? Ja, ich finde Dinge auch. Hexenbier. Das ist interessant, weil ich jetzt schon ein paar Mal hier in Belkin das Hexenbier genannt bekommen habe. Ich finde das ganz gut. Zeker die Vorbereitung für das Tauben-Seizoen. Die vier Wochen gebe ich das. Ich finde, sie gehen auch sehr gut. Und dann... Abla sind die Abitreus Plus. Und die Abitreus 10. Abitreus 10, ja. Aber das setzt du im Wechsel ein, nicht zusammen. Nichts zusammen. Bei den Jungtauben? Bei den Jungtauben, glaube ich, hast du das viel des A-W-Testin auch schon eingesetzt. Nichts so viel. Ich habe nicht so viele Probleme mehr mit Adeno. Ich habe gesagt, nicht alles raus, aber auch viel besser. Ja. Finde ich. Und dann in der 3. Saison kann ich spielen. Gibst du auch viel? Ja, ich noch nicht. Viele Tage, fünf Tage. Siehst du das an den Tauben, wenn du das verabreifst? Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Ja. Was erkennst du, wenn du Carnitine einsetzt? Viele Vitalerinnen blinken. Ja. Ich finde die Tauben sehr schön. Also das Trainingsverhalten am Haus ist dadurch auch anders, oder? Ja, das weiß ich immer. Meine Tauben werden auch noch jede Woche gereist. Die Tauben die ganze Saison. Und da ist das Carnitine Speed für dich auch ein wichtiges Produkt? Ja. Damit die Tauben eine ganze Saison durchstehen? Ja. Und dann keine Eiweiß, 3.000 Tage. Ich habe den Kopf hier. Wann setzt du das ein in der Woche? Ja, den Maandag und den Dienstag. Also Anfang der Woche? Ja. Muskelrührende, Wiederaufbau, Regeneration? Ja. Bei der Sause kommen auch. Ein bisschen drauf. Samen mit WT Amin und Wasser. Ja. Ja, das sind doch eine ganze Menge Produkte, die du einsetzt in der Reisesaison. Ja, viel viel. Und was sind deine Ziele jetzt für 2016? Hast du für die Olympiade die dann ja in Brüssel stattfindet? Ja. Hast du dort Kandidaten in Rennen? Ja. Oder? Ja. Die erste Asvogel. Alte Tauben. Kleine, mittelstrukken. Und die dritte. Soll der nochmal mitgehen? Ja, aber nicht mehr reisen. Das kann ich nicht auch. Aber ich habe noch 3 andere, ganz gute noch. Die haben wir noch. Ja. Also wir dürfen festhalten. Der erste Asvogel, national, hat die Erfolge mit den Rhönfried Produkten. Aber natürlich beim hervorragenden Züchter auch, der damit umgehen kann, erflogen. Ja. Aber ich finde doch, Tauben, Tauben muss man was. Ze moeten untersteund worden. Willst du noch was sagen, was für eine Linie der Asvogel entstammt? Ja. Wo ist er rausgezogen? Die erste Asvogel ist, ist achterkleindokter. Das ist eine weifin. Achterkleindokter Kannibaal. Ja. 20 Jahre, na die Kannibaal, selbst die erste Asvogel war. 20 Jahre später, ein urenkel. Wie der Nationale Aston. Das ist eine weifin. Also aus der Kanniballinie. Ja. Eine urenkelin vom Kannibaal. Urenkel Kannibaal. Das setzt sich immer noch durch. Und nicht nur bei dir. Es gibt auch viele andere Schläge die mit Tauben Kannibaal aus der Linie sehr, sehr aus der Linie sehr gut. Ja, aber mit Augen. Die Tauben von DiCaprio. Die Tauben von DiCaprio. Hat jetzt mit der Asstäuben aber nichts zu tun? Nee, hier nichts zu tun. Aber in DiCaprio, in die afstammings steht auch Broer, kleine Gerb. Broer von Kannibalen in die afstammingen. Okay. Ah, okay. DiCaprio, sehr gute Tauben. Aber das war sehr gute Tauben auf Fortstrecke. Das liegt bei einer Wajon. Ja. Ich habe die Kanniballinie aangepaard. Ja, dann können die Tauben 500-600 km. Und das wird mit Betrachtung echt wiegen. Die Nationale Vluchten bei uns. Das Nationale Programme. 500-600 km. Jetzt haben wir ja Ende Februar. Was sind die im März? März, April. Was ist da dein Plan? Deine Vorbereitung? Kann man da was sagen? Was du spezielles machst? Ja. Ja. Die Tauben gebe ich jetzt. Die 3-4 Wochen. Jeden Tag Hexenbier. Jeden Tag? Jeden Tag. Vroeger gab ich Gamba Immun. Ja, im Hexenbier ist ja Gamba Immun mit enthalten. Ja. Und jetzt mache ich das 3-4 Wochen. Um die Tauben ans Fliegen zu bekommen und den Stoffwechsel anzuregeln. Ja. Ja. Ich finde das lässt auch schon viele Jahre. Okay. Da hast du ja schon gute Erfahrungen und Erfolge mitgefeiert. Ich baue das so. Genau. Erfolgssysteme brauchen wir nicht verändern. Mit den Taubenfüdern auch. Meine Witwer und meine Weibs kriegen jetzt alleine Gerst. Sauber Gerst, anders nix. Und dann mit Hexenbier. Anders nix. Und so baust du sie quasi auf, bevor das Training dann wieder intensiviert wird? Ja. Und jeden Tag trainen jetzt, oder? Jetzt auch immer noch. Ja. Fliegen. Ja. Damit es schönes Wetter ist, raus. Okay. Dann wünschen wir für die anstehende Saison guten Flug. Ich habe dieses Jahr 50 mal 1. Preis. 50 mal 1. Preis. Das wird schwer zu toppen. Aber wir wollen dir das wünschen, dass du das wiederholst. Und dann doch auch für die vierte Mal in fünf Jahren Promotional Champion für Antwerpen. Das ist was Außergewöhnliches. Ja. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Ja, dann vielen Dank, dass wir da einen kleinen Anteil mit haben dürfen. Ja, schön schön.